Oleksandre Jatskovina ist seit knapp zwei Wochen im Unfallkrankenhaus Berlin. Heute assistiert der ukrainische Chirurg bei der Operation eines Patienten mit Verbrennungen. Die Ärzte hier am Zentrum für Schwerbrandverletzte wollen ihr Wissen für eine optimale Behandlung teilen. Erfahrungen, die der ukrainische Arzt gut gebrauchen kann, seit Krieg in seinem Land herrscht. Das sind Kriegsverletzungen an den verschiedenen Körperteilen. Kopf, Brust, Bauch, Beine, Arme. Überall und wegen unterschiedlichster Ursachen. Explosionsverletzungen, Schussverletzungen, Verbrennungen. So wie bei diesem ukrainischen Soldaten, der seit September mit schweren Brandwunden in Berlin behandelt wird. Julia Huck, ukrainische Rehabilitationsärztin, ist heute bei der Physiotherapie dabei. Auch sie hospitiert für zwei Wochen an der Deutschen Klinik. Ein sehr positiver Aspekt ist die sehr frühe Reha-Therapie. Bei uns fangen wir damit deutlich später an. Ich wünsche mir, dass wir das auch so übernehmen, wie man das am besten umsetzt, sodass der Patient mit den Verletzungen weniger leidet. Oberärztin Jenny Dornberger und ihr Team erklären die Funktion von Kompressionsärmeln, die bei der Durchblutung der Narben und der Verheilung helfen. Doch was, wenn im Krieg die Versorgung zunehmend eingeschränkt ist? Julia Huck sagt, die medizinische Grundausstattung sei an ihrer Klinik in der Zentralukraine noch vorhanden. Aber die Stromausfälle hätten zugenommen, hört sie von ihrer Familie. Ich bin ständig in Kontakt mit meinem Ehemann und ich weiß, dass die Situation deutlich schlechter geworden ist. Und momentan werden bei uns nur die Notfälle behandelt. An dem Austausch mit den ukrainischen Ärzten nehmen acht Kliniken deutschlandweit teil. Alle sind auf die Behandlung schwer verletzter Menschen spezialisiert. Das Programm würden sie gerne ausweiten, auch nach der Rückkehr in die Ukraine in Kontakt bleiben. Ihr Ziel ist auch, dass wir nicht nur schulen jetzt in diesen 14 Tagen, sondern dass wir den Kollegen auch zur Verfügung stehen. Im Sinne von der Telemedizin, dass wir im Grunde genommen ihnen weiterhelfen bei Fragestellungen und bei ganz konkreten Patientenschicksalen. Eine Unterstützung, die die beiden jungen ukrainischen Ärzte gut gebrauchen können, in ihrem Land im Krieg. Sie wünschen sich vor allem eines. Ich hoffe auf Frieden in der ganzen Welt. Krieg ist immer schrecklich für die Menschen. Am Freitag fahren die beiden zurück in die Ukraine, um dort wieder zu helfen, Leben zu retten.